hallo ihr lieben und willkommen zurück auf meinem kanal ja ihr kennt es ja bereits von mir dass auf dem kanal hier manchmal monatelang überhaupt nichts kommt also hat sich wahrscheinlich jetzt auch nicht so viele gewundert ein paar nachrichten habe ich aber schon bekommen weil ich diesmal auch auf instagram untergetaucht abgetaucht bin ich habe eigentlich nichts mehr gepostet keine stories mehr gemacht und nicht und das hatte auch alles seinen grund oder hat auch alles seinen grund das ist jetzt das erste mal dass ich mich wieder vor die kamera setze und auch das erste mal eigentlich dass ich dann auch auf instagram wieder was posten werde wenn dieses video online geht ja wenn es video online geht ich weiß nicht genau ob ich es online stellen möchte ich werde einfach mal versuchen das ein bisschen aufzunehmen ich werde versuchen über das zu sprechen was hier den letzten wochen und monate so los war ja und wird mal schauen was davon ich dann auch bereit bin mit euch zu teilen was ich euch sagen möchte weil etwas sehr schönes ist ist ja dass wir ein zweites kind erwarten eigentlich eine sehr sehr schöne nachricht für alle familie eine tolle nachricht und ja das war es auch allerdings hielt diese nachricht für uns nur ja nicht mal zwei tage bis dann diese abwärts spirale los ging dass wir halt ganz viele situationen hatten wo wir einfach nicht wussten wie es weitergeht ob die schwangerschaft bestand hat oder nicht und ich denke das ist ein thema das wahrscheinlich sehr sehr viele frauen betrifft sehr viele familien betrifft worüber man einfach nicht gern redet den verlust eines kindes eines ungeborenen kindes gerade in den ersten schwangerschafts wochen kommt das ja sehr sehr häufig vor und oftmals wird das dann einfach so lapidar abgetan von der gesellschaft nach dem motto naja es war ja noch nicht da ja genau das war schon mal so der grund warum wir nicht direkt erzählt haben dass wir schwanger sind der grund warum das erstmal so für uns war wir auch erstmal damit klarkommen mussten glaube ich so mit dem ganzen was was dann einfach passiert ist und unsere familien haben dann natürlich sehr sehr schnell von der schwangerschaft erfahren beim letzten mal hatten wir ja da auch diese zwölf wochen abgewartet diesmal war es einfach nicht möglich die familie dort nicht zu involvieren aus dem grund dass ich schon in der sechsten woche meinen ersten krankenhausaufenthalt hatte und wir viel hilfe auch von der familie benötigt haben um den alltag hier zu meistern mein mann geht ja arbeiten und unsere tochter muss ja auch betreut werden und das musste irgendwie alles dann natürlich auch geregelt werden und und ja für die betreuung musste halt auch gewährleistet die betreuung musste gewährleistet werden und das ging nicht ohne die unterstützung der familie ich springe so hin und her ja das war die anfangszeit unserer schwangerschaft war tatsächlich einfach im krankenhaus da haben wir dann auch erfahren dass wir zwillinge erwarten genau das war für uns erstmal ein totaler schock zwillinge waren bei uns persönlich nie so auf der wishlist also für uns war der gedanke immer schöner dass man die kinder einzeln bekommt jedes kind für sich die aufmerksamkeit bekommt alleine halt und das war so das was wir uns immer so vorgestellt haben das leben ist natürlich immer ein bisschen anders als man sich das vorstellt ähm und ja das war dann erstmal so ein schock dann kamen solche gedanken wie oh mein gott wie soll man das denn finanziell alles regeln das ist ja doch was anderes als wenn man überlegt sich ein kind anzuschaffen das klingt auch total doof also wenn man überlegt noch ein kind zu bekommen es ist ja erstmal eine andere anschaffung als wenn man jetzt sagt okay wir bekommen jetzt zwei kinder zur gleichen zeit man braucht viele dinge doppelt die man sonst halt nur einfache eine einfache ausführung bräuchte wir hätten ja wir haben halt jetzt im auto auch nicht genug platz um die ganze kindersätze unterzubringen das heißt es wäre ein neues auto eventuell notwendig gewesen so solche gedanken kamen dann erstmal bei uns in den kopf und erstmal war das nur reine panik und ähm ja muss man einfach so ehrlich sagen dürfen klar ist es schön wenn man überhaupt kinder bekommen kann und ähm es gibt menschen die würden sich das über alles wünschen in dem ersten moment war es für uns erstmal ein schock ein schock den wir erstmal sagen lassen mussten ähm zumal einfach auch die diagnose nicht so stand dass es hieß okay ähm die werden auch bestimmt gesund zur welt kommen sondern die einlistung hatte im unteren bereich der gebärmutter oder vorderen land stattgefunden und ähm so tiefe einlistungen sind oftmals nicht ähm nicht stabil genug für die schwangerschaft und ähm enden oftmals in fehlgeburten ja ähm ich hatte dann während des krankenhausaufenthalts auch vaginale blutung ähm was schon darauf schließen ließ dass die schwangerschaft dem ende zugeht ähm dass da halt auf jeden fall was nicht in ordnung ist und dass die schwangerschaft nicht intakt in dem sinne ist und ja das war dann so der erste schock entlassen wurden wir halt dann mit dieser diagnose zwillingsschwangerschaft tatsächlich ist die auch erst am tag der entlassung gestellt worden also bei der aufnahme hieß es noch nicht das sind zwillinge sondern erst am tag der entlassung haben wir auch ein bild bekommen wo dann tatsächlich auch zwei fruchthüllen drauf waren also die gemini schwangerschaft genau ähm das war der erste aufenthalt und auch bei der entlassung wurde schon gesagt es ist jetzt nicht alles gut ähm sie müssen sich körperlich schon definitiv ähm eine fehlgeburt ist bei ihnen schon sehr wahrscheinlich aufgrund halt dieser frühen blutungen ich hab hochdosiert magnesium verschieben bekommen im krankenhaus und auch danach da waren wir auf 2000 milligramm pro tag also von den 500 milligramm tabletten vier stück ähm das ist auch beigeblieben und ja ich durfte dann nach hause mit der prämisse viel im bett zu liegen mich viel zu schonen um eben einer fehlgeburt vorzubeugen so ein bisschen das das risiko einfach geringer zu halten gut also machen wir weiter ich bin entlassen worden ich durfte nach hause war natürlich noch krank geschrieben und hatte dann ein paar tage später dann auch meinen ersten termin beim gün also bei meinem ganz normalen haus gün sozusagen und ähm da wurde mir dann auch nicht so viel hoffnung gemacht also die untersuchung war alles in ordnung es war der gleiche stand wie bei der entlassung ähm es waren noch keine herzaktion zu sehen es war auch noch recht früh also in der sechsten woche haben natürlich einige haben wir schon herzschlag aber da war nichts zu sehen und es war auch jetzt noch im normalen bereich es war noch in ordnung da nichts zu sehen und die blutungen die hatte ich ja weiterhin also ich hatte weiterhin schmierblutungen auch als ich aus dem krankenhaus entlassen wurde aber es waren halt lediglich schmierblutungen keine starken blutungen ja genau ich bekam dann eine woche später schon direkt den nächsten termin weil wir halt gucken wollten ob dann eine herzaktion auch zu sehen ist und bis zum nächsten termin hatte sich denn meine frauenärztin auch so ein bisschen verabschiedet mit den worten ja aber wir haben jetzt ja mehrere möglichkeiten es könnten beim nächsten mal zwei herzaktionen sein es könnte eine herzaktion sein oder halt keine ähm genau das ja waren halt die optionen die wir hatten und damit mussten wir irgendwie klar kommen und die woche drauf waren wir dann zur untersuchung und es gab tatsächlich einen herzschlag ein fötus hatte einen herzschlag bekommen andere nicht und ja es war ja erst mal schon ein gutes zeichen dass das eine kind entstehende kind tatsächlich gesund sein könnte und überleben könnte und ja das andere hatte sich aber trotzdem von der größe her auch weiterentwickelt also die erbanlage und das bedeutete halt dass noch nichts wirklich verloren war in dem sinne also es war halt noch da es war noch irgendwie intakt und das war halt immer noch eine zwillingsschwangerschaft da aber natürlich dann mit nur einer herzaktivität ja und bei diesem termin bei meinem frauenarzt wo dann auch die herzaktivität von dem einen kind gesehen wurde hatte ich auch angemerkt dass ich extreme schmerzen hier hinten im rücken habe dass ich wirklich kaum laufen kann und mir das nicht erklären kann und und da wurde dann eine nierenbeckenentzündung festgestellt das ist in der schwangerschaft ein erhöhtes risiko also es ist ein erhöhtes risiko dass man das bekommen kann bei einer verschleppten blasenentzündung das war mir zu dem zeitpunkt nicht bewusst und ich musste halt dann auch direkt ins krankenhaus wieder während ich dann im krankenhaus war und meine niere behandelt wurde mit antibiotikum habe ich wieder blutungen bekommen die chancen sahen halt dann immer schlechter aus es war noch eine herzaktion da wir gingen dann zu dem zeitpunkt davon aus dass die blutung davon hervorgerufen werden dass der zweite embryo abgestoßen werden sollte vom körper genau ich hatte also wieder ein paar tage blutung ich bin eine woche im krankenhaus gewesen wegen der antibiose und bei der abschlussuntersuchung hatten die blutungen schon fast wieder aufgehört also die waren wieder nur auf schmierblutungsniveau und bei der untersuchung war der zweite embryo weiter gewachsen die fruchthülle war gefüllt und die ärztin war selbst ziemlich verblüfft erschrocken fasziniert glaube ich ist da eher das richtige wort denn alle waren zu dem zeitpunkt davon ausgegangen dass entweder ein kind noch in der gebärmutter zu finden ist oder gar keins und dieser befund von der untersuchung ließ darauf schließen dass beide sich entwickeln in unterschied unterschiedlichen wochen also dass tatsächlich es sah so aus als würde würde ein unterschied von zwei drei wochen zwischen den beiden embryonen herrschen sich aber beide entwickeln das ist rechnerisch also statistisch gesehen fast unmöglich also es ist so 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 selten dass so etwas passiert dass ich die ärztin erstmal gefragt habe funktioniert das überhaupt kann das überhaupt gut gehen und die ärztin wirklich sagte in der medizin gibt es alles es gibt nichts was es nicht gibt gesehen gehört hat sie davon aber tatsächlich noch nie in ihrer karriere jetzt aber es ist in der medizin ist nichts unmöglich und ja auch das könnte wenn sie intakt bleibt eine zwillingsschwangerschaft werden mit zwei unterschiedlich alten zwilling das bedeutete halt weitere untersuchungen regelmäßige untersuchungen beim frauenarzt um dann auch zu gucken entwickelt sich jetzt auch bei dem zweiten embryo ein herzschlag ja oder nein und bei der nächsten zwei untersuchungen beim frauenarzt nach meiner entlastung aus dem krankenhaus gab es keine herzaktion bedeutet also es ist mit kontrolliert worden jedes mal auch das wachstum aber es kam nicht zu einem herzschlag was wieder kam waren blutungen das war ich jetzt ja schon fast gewohnt von den schwangerschaft von dieser schwangerschaft und ja diesmal musste ich nicht ins krankenhaus weil es halt wirklich von der intensität schmierblutungen waren das magnesium wurde zwischenzeitlich ein bisschen reduziert das wurde dann wieder hochgefahren und wir haben dann sozusagen eine schwangerschaft mit also eine zwillingsschwangerschaft mit einem sich entwickelten kind als diagnose bekommen damit war für uns auch wenn das so unglaublich grausam und unmenschlich vielleicht für einige klingen mag war es für uns etwas einfacher diese zwillingsthematik und vor allem auch diese erhöhte risiko zwillingsschwangerschaft dieses extrem seltene auftreten einer verzögerten zwillingsschwangerschaft mit einer verzögerung zwischen den embryonen das ist natürlich auch ein ganz großes risiko für schwere behinderungen und 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 man weiß überhaupt nicht aufgrund einfach dieser selten des seltenen vorkommens was passiert eigentlich da genau mit diesen kindern in der gebärmutter und werden sie es überhaupt beide schaffen und 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 da sind so viele fragen und so viele ängste die dann auftreten dass man dass wir eigentlich erleichtert waren das klingt echt gemein aber wir eigentlich erleichtert waren dass eins sich weiterzuentwickeln schien und das andere nicht dadurch dass halt auch nie ein herzschlag vorhanden war war es auch nur ein lebendes kind nur ein lebender embryo und einer der versucht hat etwas etwas zu werden aber daran gescheitert ist das ist so grausam es einfach auch ist das ist die natur die natur entscheidet solche sachen und wir waren in dem moment einfach erleichtert dass die natur diese entscheidung für uns getroffen hat diese entscheidung dass sich halt nur eins weiterentwickelt ich glaube so kann man das ganz gut ausdrücken also wir waren in der situation erleichtert das bedeutet aber nicht dass die schwangerschaft dann komplikationslos weiterlaufen durfte sondern bedeutete einfach okay jetzt kann man sich auf ein kind fokussieren die untersuchungen auf dieses eine kind legen und hoffen dass es durchkommt wir waren also von zwei auf eins runter die zwillingsschwangerschaft bleibt eine zwillingsschwangerschaft aufgrund der ursprünglichen anlagen es kamen dann auch wieder zu blutungen und wir dachten okay jetzt wird wahrscheinlich der körper versuchen den ein embryo abzustoßen gefährlich war dass sie einfach die beiden fruchthüllen direkt aneinander lagen also wirklich als wenn sie miteinander verschmolzen wären die fruchthüllen so ein bisschen als wenn die aneinander kleben würden und da natürlich das risiko hoch war dass der sich entwickelnde embryo mit dem herzschlag ebenfalls abgehen würde und ja auch diesmal war es so dass diese blutungen wohl durch ein hämatom oder ähnliches ausgelöst wurden also es wurde halt dann auch zwischenzeitlich mal ein hämatom gefunden in der gebärmutter das abgeblutet hat aber abgegangen ist weder der embryo mit herzschlag noch der noch die erbanlage die vorhanden war also es ist alles drin geblieben ich war dann ja auch zwischenzeitlich wieder arbeiten und es schien eine sich normalisierende schwangerschaft zu werden so ging das denn erstmal ganz gut über ein paar wochen mir ging es gut ich habe auf arbeit dann entsprechend halt auch mit der vorgesetzten bescheid gegeben der personalabteilung bescheid gegeben verkündet dass wir schwanger sind und ein kind erwarten beziehungsweise zu dem zeitpunkt war es noch eine zwillingsschwangerschaft und ja das haben wir dann ja da kehrte dann endlich so ein bisschen normalität ein und die wollten wir uns auch gerne solange es geht bewahren also wirklich sagen okay wir sind jetzt schwanger wir erwarten jetzt ein kind und wir genießen das und lassen uns da jetzt nicht mehr durch krankenhausaufenthalte und komplikationen irgendwas mies machen und ich war zu dem zeitpunkt auch schon fast soweit zu sagen und jetzt mache ich mache ich ein video für youtube und jetzt möchten wir auch andere teilhaben lassen und mein mann war auch gesagt ja dann mach doch jetzt und kannst du doch jetzt und irgendetwas in mir hat mich davon abgehalten irgendetwas hat mir gesagt mach das mal noch nicht warte mal noch was jetzt tatsächlich kommt und zu dem zeitpunkt waren wir im vierten monat glaube ich wo wir diese unterhaltung hatten und wo ich auch auf arbeit dann bescheid gesagt habe das war anfang vierter monat und diese unterhaltung hatten wir glaube ich so gegen ende vierter monat vielleicht sogar schon anfang fünfter und ich hatte irgendwie das gefühl dass es noch nicht so ganz richtig ist dass ich noch nicht so teil mag kann dass ich mir einfach selber noch nicht ganz so sicher bin mit dem was da vor sich geht ja ich sehe dass das video ziemlich lange wird ich glaube von den infos her ist es jetzt auch schon sehr sehr viel ich würde dieses video dann hier an dieser stelle einmal beenden und würde dann einen zweiten teil drehen wo es dann um die nächsten monate geht denn aktuell bin ich tatsächlich schon im sechsten monat und da ist noch einiges passiert in der zwischenzeit also das werde ich euch dann in dem nächsten video einmal so gut ich kann erzählen und ja hoffe dass ihr wieder einschaltet es ist jetzt ein anderes schwangerschaftsverkündungsvideo als man es auf youtube gewohnt ist etwas vorsichtiger etwas privater vielleicht auch trotzdem etwas unkonventioneller und vielleicht auch etwas weniger freudig aber dafür sehr echt also das ist das ist das leben das ist das so wie das leben halt spielt wie der natur spielt und einfach mal nicht verschönert und nicht gepudert und mit filter sondern einfach so wie es halt ist ich hoffe wir sehen uns beim nächsten video wieder bis dann tschüss wir sehen uns beim nächsten Mal